Ivan Knesevic, seit 2017 Stürmer bei der Spielvereinigung Bayreuth. Ronaldo oder Messi? Ronaldo. FIFA 17 oder FIFA 21? FIFA 17. Kreuzsteinbad oder Badesee? Kreuzsteinbad. Knapper Sieg oder hoher Sieg? Knapper Sieg. Chipball oder Volley? Chipball. Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Taktik oder Leidenschaft? Leidenschaft. Tunnel schieben oder sicherer Ball? Tunnel schieben. Bolzplatz oder Stadion? Stadion. Bayern München oder 1860 München? 1860 München, ganz klar. Schön, dass du heute zu uns gekommen bist, Ivan. Du bist 2017 nach Bayreuth gewechselt. Was hat dich seitdem an der Spielvereinigung begeistert? Am meisten finde ich am positivsten in Bayreuth die Entwicklung, weil ich habe mal gesagt, der Verein ist ein schlafender Riese und wir haben uns Jahr für Jahr verbessert, seitdem der neue Trainer auch da ist. sieht man auch die Entwicklung jetzt im DFB-Pokal, ganz knapp an der dritten Liga gescheitert auf den Aufstieg und sieht man einfach, dass es Schritt für Schritt nach vorne geht. Du hast jetzt auch gerade gesagt, die dritte Liga hättet ihr fast schon letzte Saison erreicht. Kannst du uns noch mal kurz mit uns durchgehen durch die Saison, wie es sich für euch und für dich entwickelt hat? Ja, durch Corona war es alles ein bisschen schwieriger, aber dann wurde ja vom BV ein Modus angegeben, also für die Playoffs, dass da zwischen den drei Mannschaften Aschaffenburg, Schweinfurt und uns den Aufstiegsplatz gegen Abelse, also gegen die Regionalliga Nord ausgespielt wird. Und ja, es ist halt im Endeffekt im Winter gelaufen, weil wir uns natürlich viel vorgenommen haben. Es hat am Ende nicht gereicht, aber das ist auch ein Schritt der Entwicklung für das nächste Jahr, dass wir einfach daraus lernen müssen und einfach dann dieses Jahr reingreifen sollen. Welche Ziele habt ihr dann für die nächste Regionalliga-Saison? Auf jeden Fall oben mitspielen, weil wir haben ja dieses Jahr einen direkten Aufstiegsplatz in der Liga und ich brauche da kein Geheimnis draus machen, dass wir auch gerne aufsteigen wollen würden. Die Liga ist jetzt interessanter geworden mit Bayern 2 und Achim, die aus der Drittliga abgestiegen sind. Schweinfurt hat es ja auch nicht geschafft und ich glaube, das wird eine interessante Saison für alle Zuschauer. Was könnte euch dann in der nächsten Saison auch nochmal besser machen im Team? Wir haben ja jetzt ein paar Verstärkungen bekommen auf den einzelnen Positionen. Wir haben auch gesehen in den einzelnen Spielen, dass da ein bisschen, da fehlen 5-6 Prozent der komplette Siegeswille, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, einfach unseren Stil durchspielen und einfach Spaß am Fußball haben, wenn wir wieder eine erfolgreiche Saison haben. Wie groß ist dann eure Vorfreude auch schon auf den DFB-Pokal, den du vorhin angesprochen hast? Habt ihr da bestimmte Ziele oder ist es eher so, das Ziel dabei sein ist alles? Also ich glaube, die Mannschaft geht da mit gemischten Gefühlen rein. Also manche wollen einen starken Gegner, natürlich wegen den Zuschauern und so, wegen der Präsenz auch im Fernsehen und so. Aber manche wollen auch einen schwächeren Gegner. Ich persönlich würde mir jetzt Eintracht Frankfurt wünschen, weil es mein Lieblingsverein ist. Ich komme aus Hessen und ja, einfach das mitnehmen und wie man weiß, so im Pokal geht halt alles. Ja, die kleinen Bayreuther können vielleicht die großen Frankfurter schlagen. Du hast deinen Vertrag auch erst kürzlich bei der Spielvereinigung verlängert. Was sind denn deine persönlichen Ziele für die Zukunft? Ja, ich werde jetzt auch nächsten Monat 28 schon ein alter Hase. Ich muss jetzt vielleicht auch mal die jüngeren Spieler ranführen und auch mal in den Spielen, wo es ein bisschen knapp ist, auch meinen Stempel aufdrücken und einfach nochmal ein bisschen da an der Mentalität, auch ein bisschen an mir arbeiten und allem drum und dran, dass ich die Mannschaft einfach führe und als Kapitän da vorangehe. Unsere Herausforderung an dich sind die fünf Bälle, die bei dir liegen. Alles klar, wie meine ich. Sie richten euch. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020